Prakati Pava Asana Die Stellung des Yogameisters Prakati Pava Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist das Sitzen. Und während du sitzt, halte das linke Fußgelenk in den linken Ellbogen und hebe das Bein dabei hoch. Hebe das rechte Bein hoch und platziere den Fuß auf den linken Oberarm und fasse dann mit der linken Hand an die Zehen. Hebe dann die rechte Hand hoch und postiere die rechte Hand an den Hals.